Meine Damen und Herren, wir kommen zum Netzfundstück der Woche. Und es ist dieses Mal eine sehr, sehr, sehr schöne Seite aus Amerika, die ich persönlich ganz klasse finde. Sie hat schon einen ganz tollen Namen. Sie heißt Jesus of the Week. Jesus of the Week. Und da können Sie Fotos einschicken von Leuten, die wie Jesus aussehen. Aus Ihrem Bekanntenkreis, ja. Also zum Beispiel hier oben, das ist ja so ein bisschen spooky, so der Horror-Jesus, so ein bisschen. Dann rechts so ein bisschen der Surfer-Jesus. Der ist ein bisschen wie der aus der Kelly-Family, so Kelly-Jesus. Und unten Autofahrer-Jesus, auch so. Also wenn Sie jemanden kennen, der aussehen, sofort das Foto schicken. Und die sammeln auch noch Jesus aus der ganzen Welt. Zum Beispiel sehr schön Barbie-Jesus. Gucken Sie mal hier. Kennen als Jesus mit Sandalen in fünf aufregenden Farben. Es ist ganz, ganz, ganz toll. Und das erinnerte mich, als ich nämlich neulich wieder mal Kontakt hatte mit christlichen Menschen. Zeugen Jehovas waren wieder da. Es war halb sieben Uhr. Es klingelt, es können nur die sein. Diesmal wieder mit einer neuen, interessanten Frage an mich. Wollen Sie denn nicht das ewige Leben? Habe ich gesagt, nicht, wenn ich es mit Ihnen verbringen muss. Unser Netzbundstück der Woche.